Marzini ist nicht zu Hause. Nur Müller hat eingewortet. Er meint, ich verschwinder soll, wo ich herkomme. Was? Er Müller, dieser alte Nazi. Das ist so ein Arschloch. Jetzt fahr ich mal nicht wieder mit dem Müller an. Ja, was denn? Der wohnt die ganze Zeit alleine. Der kann am meisten Gesellschaft vertragen. Ich will den nicht mit dem Haus haben, Mann. Komm, sag mir mal jetzt lieber, was ich machen soll. Na? Weiß ich nicht. Ja, wir sollten ihm jetzt eigentlich helfen. Bitte? Vor einer Minute hast du doch noch gesagt, dass ich ihn wegschicken soll. Nein, ich hab gesagt, du sollst ihm vorschlagen, er soll bei den Nachbarn klingeln. Ja, das ist doch dasselbe. Nee, ist eben nicht dasselbe. Gut, wenn du jetzt doch unbedingt Besuch haben willst, dann lass du ihn doch einfach rein. Ich ja, klar. So wie immer, ne? Ja, mach ich auch. Aber was ist, wenn er uns verarschen will? Warum soll der uns denn verarschen? Ja, weil es vielleicht seine Masche ist? Und wir werden dann nicht mehr loswerden? Na dann, äh, rufen wir die Polizei. Und wenn er dann Waffe hat? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also er ist zumindest schon mal alleine. Ja, aber warum hat er die Kaputze überbezogen? Na, weil ihm kalt ist. Ja. 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 Ja.